Ich muss hier schnell raus, der Mörder Jason kommt, aber wie soll ich hier am besten entkommen? Oh mein Gott, er hat schon zwei Leute getötet, Freunde, lasst mal ganz schnell ein Like und auch ein Abo, dafür mehr solcher Roblox folgen. Irgendwo, okay, der Mörder ist hier auf jeden Fall irgendwo, ich muss halt aufpassen, dass er mich halt nicht sieht. Was haben wir hier? Was ist das gewesen? Okay, das Verlies, oh mein Gott, das lässt sich in einer Minute öffnen, hier ist doch jemand drin versteckt. Der ist hier drin versteckt. Da ist doch ein anderer Spieler bei mir drin. Oh nein, da hinten ist der Killer, da hinten ist der Killer. Oh nein, 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 der will ja die seine Mädel töten. Der schlägt die tot, okay, wir müssen hier noch ein bisschen warten, Freunde, da hinten ist der Killer. Oh nein, der hat gesehen, dass wir hier sind. Zwei von zwölf Sachen haben wir hier schon eingesammelt. Hier vorne ist noch was. Der Killer kommt, nein, nein, er hat mich. Hilfe, Hilfe. Ja, ich wurde wieder, oh mein Gott, wir wurden hochgeholfen. Jetzt aber, schleunigst weg hier. Jetzt aber schleunigst weg hier. Rein ins Haus, raus aus dem Haus. Ich helfe dem Typen hier, ich helfe dem, ich helfe dir. Komm hoch. Wie lege ich mich hin? Wie lege ich mich hin? Wie lege ich mich hin? So, okay, sehr gut, sehr gut. Ich habe es rausgeschafft. Oh mein Gott, der Killer wollte gerade kommen, ne? Ich laufe hier mal nach oben, ich laufe hier mal nach oben. Ich hoffe mal nicht, dass er jetzt hier ankommt. Hier oben sollte ich eigentlich sicher sein im Schrank. Alles gut, Mr. Killer, du kannst mich nicht hier finden. Alles gut. Die Tür ist auf, wir können flüchten. Ich sage immer, der Killer wird davor warten. Der Killer wird da garantiert verwarten. Wir müssen vielleicht hier einen besonderen Weg finden. Wo ist er? Wo ist er? Ah, nein. Er hat alle getötet, Freunde. Verdammt. Oh nein, Freunde. Das ist Jason. Und er will uns umbringen. Oh, Freunde. Wir müssen hier jetzt aus diesem Raumschiff entkommen. Oder aus so einer Raumstation. Da wurden wir hingebracht, als wir verarztet wurden. Oh Gott, oh Gott. Wie soll ich denn jetzt hier entkommen? Der Mörder wird bald hier sein. Such dir ein Versteck. Oh, wo ist denn hier das beste Versteck, frage ich mich. Vielleicht hier vorne irgendwo. Da kann ich ja nicht mal rein. Doch, da kann ich rein. Bin ich hier auch safe? Hier ist ein Handy. Das habe ich mal einen hier ganz kurz. Was ist das hier noch so Säure? Hier in diesem Schrank ist doch safe das beste Versteck, oder? Der wird mich doch hier niemals finden, hier im Schrank. Hallo, bitte ist nicht, dass der Mörder jetzt hier kommt. Okay, okay, der läuft jetzt hier. Da ist er schon. Da ist er schon. Oh mein Gott, da war er gerade, da war er gerade. Ich verstecke mich hier zum Hinlegen, Freunde. Wir sehen ihn ja, wir müssen halt jetzt hier vier Minuten sozusagen ausharren, damit wir entkommen können, weil irgendwie nur kurz vorher werden sozusagen die Tore geöffnet und dann können wir hier rauskommen. Und Jason ist auf jeden Fall durchgedreht und will wirklich jeden umbringen. Unten seht ihr die ganzen Leute, die am Leben sind. Bisher hat er noch nicht einen einzigen umgebracht, aber ich hoffe, das bleibt auch so, ne? Doch, da hat er einen schon genockt. Okay, er hat einen sozusagen schon verwundet und der braucht jetzt Hilfe beim Hoch... Der muss hochgeholfen werden. Oh nein, der braucht Hilfe. Ich kann dem... Soll ich dem helfen? Soll ich dem schnell helfen? Ach komm, ich bin nett, ich bin nett. Komm, jetzt aber schnell. Aber ich gebe mich damit selber in Gefahr. Nein, ich bin in eine Falle gelaufen. Oh nein, da hinten ist Jason. Da hinten ist Jason. Jason, bewacht die da vorne. Lauf! Nein, wo ist Jason? Da ist Jason, da ist Jason. Alles gut, er hat mich anscheinend nicht gesehen, aber er hat die andere geholt da vorne, oder? Hat er die gekillt? Ich weiß es nicht, Freunde. Er hat auf jeden Fall schon ein paar gekillt. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen. Pass auf, lauf nicht da alleine hin! Jason ist genau in die Richtung! Du musst doch aufpassen, Mensch! Oh nein, 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 nein. Das ist gar nicht gut. Da hinten ist Jason. Jason wartet halt wirklich, bis wir sozusagen, dass wir den Leuten nicht hochhelfen können. Ja, pass auf! Nein! Du musst jetzt ein... Ja, Leben geben! Sehr gut, jetzt weglaufen, weglaufen, schnell! Rein hier! Rein hier! Oh mein Gott, war das knapp! Oh mein Gott, war das knapp! Jason kam gerade rumgelaufen. Kommt jetzt hier rein? Nee, er kommt nicht rein. Okay, ich helfe ihr wieder hoch. Doch! Komm, Jason rein, ich weiß es nicht ganz genau, Freunde. Alter, das war mega knapp! Auf einmal kommt Jason angelaufen und wollte mich messern, ne? Ihr habt gesehen, er ist ja gegen diese Fensterscheibe gelaufen. Okay, hier drin sollte ich eigentlich erstmal ein bisschen ruhig sein, ne? Hier, solange wir in der Nähe von anderen Spielern sind, ist ja alles gut. Ne, hauptsache, Jason kommt hier nicht rein. Da läuft der. Da hinten läuft der. Ich wollte gerade sagen, hauptsache, Jason kommt hier nicht rein. Ich dachte, der kommt hier direkt reingelaufen. Bisher ist doch keiner gestorben, ne? Also Jason muss sich noch ein bisschen anstrengen, glaube ich, damit er hier auch mal ein paar Leute killt. Der ist nämlich ziemlich, ziemlich schlecht, ne? Ja, wenn ihr sehen wollt, dass ich mal selber Jason werde, dann lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Oh Gott, ich sollte vielleicht mich hier nicht so viel rumquatschen, wenn da vorne Jason ist. Aufpassen! Jason, bist du hier irgendwo? Bitte hör auf, meine Freunde abzuschlachten. Oh, ja, alles gut. Was ist denn Schatztruhe? Was ist denn da drin? Einsammeln. Nein! Wo ist Jason? Wieso? Wieso höre ich das? Nein. Bitte nicht, bitte nicht. Bitte nicht. Da vorne läuft der. Oh, jetzt schnell wieder zurück zum Raum. Zurück zum Raum. Zwei Minuten habe ich noch. Zwei Minuten habe ich noch. Wo ist Jason? Der läuft da vorne doch irgendwie schon wieder rum. Ich habe Angst vor dem, ne? Ich habe wirklich Angst vor dem. Der kann uns, wenn der uns killt, Freunde, dann war es das mit uns. Können wir hier lang laufen? Wo ist hier? Geht es hier hoch? Was ist das für ein Weg hier oben? Hier vorne geht es anscheinend lang oder sowas, ne? Können wir hier noch Sachen aufsammeln? Hier, komm mit. Hier oben ist der richtige Weg. Hier geht es lang. Alles gut. Ja. Okay. Aber wir müssen aufpassen, dass Jason nicht hier vorne lang läuft, ne? Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Weißt du vielleicht, wo Jason ist? Komm, wir laufen weiter, Freunde. Wir laufen weiter, Jason. Bist du hier irgendwo, Jason? Können wir die Papiere einsammeln? Ne, geht auch nicht. Wir müssen Sachen einsammeln. Äh, hier ist so ein Messer noch. Nein. Wieso höre ich was? Alles gut. Alles gut gegangen. Okay. Eine Minute. Was haben wir hier noch? Auch noch was zum Einsammeln. Jetzt haben wir schon fünf Gegenstände eingesammelt. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Was haben wir hier im Safe? Ist ja was drinne. Wir können es aber im Safe verstecken. Was? Was ist das für ein krasses Versteck da drin? Sag mal. Hier noch. Irgendwo noch Sachen. Der Killer darf uns nicht treffen. Können wir hier durch? Wir können sogar durch den Lüftungsschacht gehen. Was? Jetzt sind wir wieder unten? Hä? Ich bin noch niemals nach unten gegangen. Wie? Warte mal. Das verstehe ich. Ah, nee. Das muss hier irgendein anderer Bereich sein, glaube ich, ne? Hier ist noch eine Spitze. Ja, das ist ein ganz anderer Bereich. Was? Ich bin gestorben? Hä? Wie bin ich denn gestorben jetzt gerade? Was? Was ist das denn? Ein Schleuder-Slasher? Wie bin ich gerade draufgegangen, Freunde? Ich bin, ich muss durch irgendwas gestorben. Dann bin ich in die, in die Mäusefalle gelaufen, die vergiftet war oder sowas. Das kann sein, ne? Oh nein. Was war das denn für eine? Das Pumpkin-Monster will uns anscheinend töten, Freunde. Wir haben nur noch 14 Sekunden Zeit, uns zu verstecken. Ich sammeln hier mal ein paar Sachen ein. So, das hier, die Flasche. Sehr gut. Wo sind hier noch mehr Sachen? Ist das eine Sackgasse oder was? Nee, hier geht es in den Klassenraum rein. Hier das Buch nochmal einsammeln. Was haben wir hier noch? Die Schatztruhe. Drei Sekunden nur noch, um zu verstecken. Oh Gott, Freunde. Wir dürfen nicht draufgehen, ne? Sonst war es das mit uns. Ich stecke mich hier im Schrank, glaube ich. Patches heißt der. Der ist direkt bei mir. Der ist direkt bei mir hier. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der weiß, glaube ich, ganz genau, wo wir sind. Wir müssen halt, wenn der kommt, müssen wir auch vor dem Weg laufen, ne? Es ist schlau, hier rumzulaufen. Ich weiß es nicht ganz genau. Wo ist das Monster, Freunde? Vielleicht können wir hier in den Schrank rein? Kommt der hier dann angelaufen? Kommt der raus? Ich hoffe mal nicht, ne? Hier nochmal raus. Hallo, Patches. Da hinten scheint er zu. Da hat jemand gekillt. Hier, die Lampe können wir noch einsammeln. Sehr gut. Er hat schon zwei gekillt. Jetzt haben wir hier noch eine Brille, die wir einsammeln können. Mach ich mal. Sehr gut. Hier oben. Wo geht das hier lang? Wieso ist die Schule überhaupt auch leer, ne? Das ist so eine ehemalige Schule oder sowas. Hier noch so eine Spitzhacke. Sehr gut. Was ist denn hier noch alles? Guck mal, hier eine Lampe. Bam. Eingesammelt. Bam. Wir brauchen nur noch einen Gegenstand. Dann haben wir alle Gegenstände eingesammelt. Hier ist der vielleicht hier drinnen. Ja, hier das Handy. Bam. Und auch eingesammelt. Warte mal. Noch. Mein Rucksack ist voll. Ach, ich kann nur zwölf Gegenstände einsammeln. Ah. Okay, okay. Oh, nein. Der hat schon echt welche gekillt, ne? Drei Minuten. Oh, war das da hinten gerade? Ne, okay. Komm hier zu mir. Hier zu mir. Hier bei mir können wir uns verstecken. Ey, aber der unten schreibt da. Hilfe. Wir müssen dem irgendwie helfen. Aber wie denn? Nein. Wo ist er? Kommt der gerade oder was? Ne, 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 ne. Alles gut gegangen. Alles gut gegangen. Der ist hier ganz nah. Der ist ganz nah, der Killer. Wo ist er? Sehen wir ihn? Da unten. Komm her, komm her, komm her. Ja. Oh, oh, hey. Ich habe den gar nicht gesehen. Wieso hat er mich gekillt? Hilfe. Ja, hilf mir. Hilf mir. Ja. Oh, mein Gott. Danke. Korrekt von dir. Danke. Oh, mein Gott. Er kommt. Er kommt. Rein hier, schnell in den Schrank. Oh, nein, nein, nein. Ich mag das nicht. Ich mag das ganz und gar nicht. Wir müssen noch drei Minuten überleben, Freunde. Der Killer da unten, ne? Der killt ja die ganzen Leute. Alter, das ist ja unglaublich. Ich bin verwundet. Ich habe so dolle Schmerzen. Ich verstecke mich jetzt, glaube ich, hier im hinteren Bereich der Schule, ne? Ich denke mal, dass das eigentlich eine ganz, ganz gute Idee sein wird, hier hinten sich zu verstecken. Nein, die ersten beiden sind tot. Die ersten drei sind tot. Wie viel killt der denn auf einmal hier? Oh, ich habe Angst, dass der jetzt gleich kommt, ne? Ich werde hier folgenden Move machen. Wenn der hier angelaufen kommt, warte mal, ist hier vielleicht schlauer? Wenn der hier angelaufen kommt und mich killen will, der kommt hier rein. Der kann entweder nur da rein oder da drüben rein. Guck mal, dann kommt der hier rein und dann laufe ich nämlich ganz, ganz schnell da unten durch, ne? Na, dann komm doch, du blöder Killer. Lauf nicht da in die Richtung. Da ist der. Wir müssen hier zwei Minuten überleben, ne? Guck mal, ich zeige euch das einfach ganz kurz. Also, hier chillen wir. Nein, da ist er! Wuhu, war das knapp? Wie, der kann auch krabbeln? Ich wusste nicht, dass der auch krabbeln kann. Was? Ey, jetzt hat er mich gekillt. Oh nein, Patches hat mich gekillt. Ich erblute, Hilfe! Aua! Guckt ihn euch an, Freunde. Das ist der Killer und er killt hier wirklich jeden, ne? Da unten, oh mein Gott, der bewacht den da. Oh Gott, oh Gott, der killt ja jetzt gleich die nächste. Der killt ja jetzt gleich die nächste. Oh mein Gott, oh Gott. Was macht der? Was macht der? Oh, da killt er die jetzt! Pass auf, lauf weg, schnell! Lauf! Lauf, du musst noch eine... Nein, die kommt... Oh mein Gott, sie wurde getroffen. Verdammte Axt. Oh nein, da vorne, da vorne. Nein, 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 nein. Da ist der Killer, pass auf, pass auf! Nein, auch den hat er besiegt. Oh, verdammt. Und was ist mit dem denn jetzt? Oh nein, die nächste ist gestorben. Bam, auch den hat er. Oh, ey, was machen die denn alle? Die laufen doch auch alle die ganze Zeit nur blöd rum und treffen sich von dem Treffen. Mann, mich hat er halt getroffen, weil der so schnell war auf einmal. Eine Minute noch. Okay, die Tore öffnen sich jetzt. Und bam, die Ausgänge sind jetzt. Der öffnet... Oh mein Gott, da war einer im Schrank drin. Die Ausgänge sind offen. Es können alle Leute abhauen. Oh mein Gott, mal gucken, ob es jemand schafft. Ja! Der Erste hat es geschafft. Sehr schön. Lauf! Nein! Oh Mann! Oh mein Gott, es hat nur einer geschafft zu überleben, Freunde. Das glaube ich nicht. Nur eine einzige Person. Der Killer hat acht Leute gekillt. Was eine krasse Runde. Wenn ihr wollt, dass ich selber mal Jason der Killer wäre, dann lasst mir gerne mal ein Like und auch ein Abo da. Tut nicht falsch. Ich gehe gerne jetzt von anderen Videos aus. Ich mache jeden Tag Videos. Wir sehen uns morgen im nächsten Video. Bis dann, noch einen schönen Tag. Und ciao, ciao! Ciao!